Der Line 6 Helix. Lohnt er sich? Für wen lohnt er sich? Was ist unsere Meinung dazu? Und ja, was kann das Teil alles? Genau darum soll es heute hier in diesem Video gehen. Der wurde uns von Line 6 freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Line 6 unterstützt auch dieses Video. Und wenn ich sage, was er alles kann, darum soll es heute gehen. Das ist nur so die 10% vielleicht der Wahrheit. Denn das, was er alles kann, werden wir garantiert nicht alles in diesem Video hier abdecken können. Denn das Gerät kann extremst viel. Worum es hier gehen soll, ist in diesem Video erstmal eine kleine Einführung zu bekommen in das Gerät und zwar auch Einführung aus Sicht eines Gitarristen. Denn man kann hier auch vom Sänger bis Bass, Keyboard oder alles mögliche einspeisen. Ich glaube, es gibt so sieben verschiedene Kanäle, die man entsprechend parallel fahren kann. Also das Teil kann noch definitiv mehr. Aber da wir uns ja an Gitarristen richten und wir dich auch nicht mit Informationen hier zu ballern wollen, soll es erstmal um die Einführungen gehen, damit du einfach mal siehst, hey, wie bedienst du so einen Teil? Und was kann es für dich als Gitarristen im Endeffekt tun? Und lohnt es sich überhaupt auch für dich? Und was sind die Vor- und Nachteile auch, was den Sound angeht? Wir starten auch direkt mal mit der Bedienung. Denn das war so der Punkt für mich, wo ich mich etwas davor gesträubt habe, überhaupt den Lion 6 Helix mal in die Hände zu nehmen. Denn für mich war es immer so, ich habe den schon mal vor Jahren auf ein paar Messen gesehen und hier ein bisschen herum geguckt und mich auch etwas belesen. Es ist schon relativ kompliziert bzw. man hatte den kleinen Monitor und man hat dann hier diesen Joystick, mit dem man hier verschiedene Dinge auswählen kann. Aber das ist erstmal nur die Bedienung physisch am Gerät. Es gibt dafür nämlich auch noch eine digitale Bedienung und die gucken wir uns auch gleich an. Und dadurch entsteht eine ganz andere Lion 6 Helix Welt, auch für mich, wo das Teil dann auch wesentlich brauchbarer geworden ist bzw. ich habe mich dann einfach herangetraut und so geht das Ganze auch wesentlich einfacher zu bedienen. Hier auf der physischen Seite hast du eigentlich im Endeffekt einmal die einzelnen Drähte, die du dir hier zusammenbauen kannst. Das heißt natürlich kannst du hier entsprechend draufdrücken, hast die einzelnen Soundbänke, die du hier auswählen kannst. Du hast einmal den Tuner, wenn du die unten hältst, dann kannst du deine Gitarre hier oben stimmen. Du hast einen Looper, den kannst du hier physisch bedienen und im Endeffekt noch das Volume oder Barbital. Die anderen Dinge, was die Soundgestaltung angeht, auch die Belegung der Bänke, kannst du alles digital machen. Und das geht wirklich sehr einfach und sehr schnell und unter anderem dadurch, muss ich auch sagen, finde ich das Gerät sehr, sehr geil. Dann, was es noch physisch zu sagen gibt, gucken wir jetzt einmal die Rückseite von dem Gerät an. Es gibt, wie du hier schon sehen kannst, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du hast hier einmal das Guitar in, das heißt, da steckst du deine Gitarre rein, du hast das Mikrofoneng, du hast Send-Return, XL-Ausgänge, du kannst das Ganze mit MIDI entsprechend versehen und ganz wichtig auch noch für uns Gitarristen, natürlich hast du auch hier einen USB-Anschluss. Mit dem USB-Anschluss kannst du das ganze Gerät ganz einfach mit deinem Computer verbinden und kannst es dann zum Beispiel auch zum Aufnehmen verwenden, beziehungsweise eben dann in HX-Edit, so nennt es die Software, die Oberfläche, die du hier physisch hast, einmal digital auf deinem Computer abbilden und die Sounds sehr, sehr einfach generieren, beziehungsweise eben erstellen. Genau das gucken wir uns im nächsten Schritt an. Das ist mal so rein zur physischen Seite. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, auf was diese ganzen Stecker sind. Da können wir noch bis übermorgen sprechen. Gehen wir jetzt mal über, ich zeige dir auf meinem Bildschirm, wie das Ganze dann aussieht und was du alles mit dem Helix so als Gitarrist tun kannst. So sieht der Helix einmal aus, wenn wir das Ganze in HX-Edit öffnen. Das heißt, hier hast du die Benutzeroberfläche, die du sonst eben nur auf dem kleinen Monitor hast. Und wie gesagt, der kleine Monitor ist auf jeden Fall auch mit den Choice-Sticks und so. Wenn du zum Beispiel einen Gig hast, du bist gerade in der Bandprobe und du willst wirklich noch mal irgendwas ändern, weil du auf dich schneller irgendeinen Sound brauchst, kann man das dann so machen. Ansonsten würde ich dir raten, zu Hause deine Sounds zu kreieren, hier dann entsprechend abzustimmen, abzuspeichern, die Bänke so zu legen, wie du es haben möchtest. Und dann bist du auch ready, wenn du auf der Bühne stehst oder mit einer Band spielst. Da gibt es übrigens auch nochmal ganz verschiedene Dinge, wie man den Helix dann nutzen kann. Du kannst zum Beispiel, du hast ja acht Bänke zum Vergeben bzw. sind mehr oder mehr so oder zehn, aber du kannst zum Beispiel pro Sichtfeld könntest du ein Amp hinterlegen mit verschiedenen Pedalen oder du legst ganz verschiedene Amps an mit verschiedenen Effekten bzw. Sounds. Also auch da, wenn wir jetzt hier zumindest in diesem Teil noch nicht so in die Tiefe gehen, ich möchte das nicht allzu lange halten, sondern dir wirklich erstmal nur eine Einführung geben. Aber ich werde immer wieder mal vielleicht etwas ausufern und dir sagen, das wäre auch noch möglich, einfach weil in dem Teil so viel drin steckt. Und das kann dann am Anfang etwas überfordern, aber wenn du erstmal mit den Basics startest, und das machen wir hier jetzt auch in diesem Video, dann wirst du schnell merken, dass er sehr einfach zu bedienen ist. Gerade jetzt hier mit HX Edit und dass du sehr schnell ziemlich coole Sounds kreieren kannst. Denn bei einem kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, das Teil klingt sehr, sehr gut. Ich werde auch noch mehr zum Sound am Ende des Videos sagen. Und du wirst damit definitiv mehrere Sounds finden, die du magst. Wir wollen es gar nicht vergleichen mit Röhren-Sounds oder mit irgendwelchen anderen Amps, weil wenn du ein Röhren-Amp haben möchtest mit dem Röhren-Sound, dann kauf dir ein Röhren-Amp mit dem Röhren-Sound, mit einer Box, die du bei dir ins Zimmer stellst. Und wenn du immer diese 40 Kilo mit dir herumschleppen möchtest oder wenn du eben die Möglichkeit hast, zu Hause mit dem Röhren-Amp zu spielen, dann go for it, dann mach es so. Im Endeffekt soll der Helix auch gar nicht unbedingt ein Röhren-Amp sein, weil er ist eben kein Röhren-Amp. Deswegen wollen wir den Vergleich gar nicht darstellen. Aber die Sounds, dafür, dass du extremst viele Sounds drin hast, auch mit den ganzen Effekten, ist es definitiv gerealistet, dass du einen ziemlich coolen Sound finden wirst. Denn die Amps, die ja auch alle an Original-Amps angelehnt sind, die klingen schon wirklich sehr, sehr authentisch. Wenn du möchtest, dass du mit denen zum Beispiel live in der Band oder zu Hause spielen können möchtest, ohne dass du jetzt immer direkt, also du würdest eh in der PA gehen, aber dass du auch auf der Bühne noch etwas Sound hast, dazu nimmt man oder kann man zum Beispiel dieses Power Cap nehmen von Lion 6, haben wir selber nicht getestet. Aber es wäre möglich, einfach wenn du dir die Frage stellst, na gut, wie kann ich das Ding denn eigentlich auch zu Hause spielen, dass ich was höre. Ich nutze jetzt hier die in meinem iMac eingebauten Lautsprecher, die ziemlich schlecht sind. Also eigentlich würde man auch Studiolautsprecher nutzen. Oder du würdest dir so eine Box kaufen und damit könntest du rein theoretisch auch zu Hause, wie mit einem ganz normalen Amp, den Lion 6 Helix bedienen, ohne dass du jetzt ständig dein PC anhaben müsstest. Kommen wir mal zu HX Edit. Auf dem Helix selber sind zwei Factory Ordner bzw. Bänke mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sounds hinterlegt. Du siehst, hier gibt es zum Beispiel auch verschiedene Bass-Sounds und du hörst einige von denen, oder was ist einige, einige wenige von denen auch während den einzelnen Clips hier. Wir blenden immer wieder ein paar Clips ein, dass du auch zwischenzeitlich mal ein paar Sounds hörst. Das HX Edit findest du übrigens auf der Lion 6 Helix-Seite unter Downloads. Und dann hast du hier einmal Choose Hardware, den Helix. Dort nennst du das Ganze HX Edit. Hätte man eigentlich auch Helix Edit nennen können, aber gut. Dann suchst du nur noch deinen Benutzer, dein Benutzer, dein Betriebssystem, so aus. Gehst auf Go und dann etwas tricky, habe ich beim ersten Mal nicht ganz verstanden. Du bekommst dann erstmal so eine Art Forumsbeitrag, Post angezeigt. Und ich dachte mir, eigentlich wäre es meine Erwartung gewesen ist, downloadet irgendwas. Oder ich finde hier oben direkt einen Link. Den findest du aber nicht oben, sondern den findest du, nachdem diese tausenden von Releases hier angezeigt wurden. Nämlich hier, Get Download. Und dann kannst du das Ganze runterladen und installieren. Und dann musst du nur deine Helix per USB verbinden. Und dann bist du auch schon hier drin. Und was übrigens ist auch schon einer der Vorteile von dem Helix, den ich zumindest sehe, bei einer digitalen Lösung. Line 6 bringt, ich will nicht sagen ständig, aber bringt hier nun wieder mal Updates raus. Mit auch zum Beispiel neuen Amps, zum Beispiel hier. Oder auch neuen Effekten. Die Technik entwickelt sich weiter und dadurch entwickelt sich im Endeffekt auch der Helix und der Sound weiter. Das hättest du natürlich rein theoretisch bei einem Röhrensound, wenn wir jetzt mal diesen Vergleich machen wollen, nicht. Der ist eben so, wie er ist. Aber hier, das finde ich immer ein Vorteil, dass du weiterhin auch Updates bekommst, die auch in der Regel kostenlos sind. Jetzt gehen wir aber hier mal in den Helix rein und gucken mal, was denn er alles so bietet. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf den Brit 2204. Das soll quasi ein Marshall JCM 800 darstellen. Und jetzt gucken wir jetzt einfach mal an, was es denn alles an verschiedenen Möglichkeiten, beziehungsweise eben Amps, Effekten und so weiter und so fort gibt. Du hast hier einmal die Distortion-Pedale und du siehst hier schon, das sind schon eine Menge. Zum Beispiel hier der Scream 808. Die sind vom Namen alle sehr an den Originalen angelehnt. Hier der Stupid OD, das wird wahrscheinlich ein Boss Overdrive sein. Du findest übrigens die Anlehnung dazu im Benutzerhandbuch, zumindest teilweise. Das ist zum Beispiel das Benutzerhandbuch für die Firmware 2.0. Mittlerweile gibt es ja schon 3.15. Und hier findest du dann auch, wenn du das wissen möchtest, neben vielen anderen Informationen auch hier die einzelnen Effekte, beziehungsweise Amp und Cap-Modelle, die dann entsprechend auch basiert auf angelehnt sind. Zum Beispiel hier Scream 808, natürlich Albinist Troop Screamer. Oder hier Vermitt Dist, der Procoret, auch ziemlich bekanntes Distortion-Modell. Hier hättest du hier auch mit dabei. Und pro Distortion-Modell hast du hier immer Gain-Tone und Presence, beziehungsweise Ton-Level. Je nach dem Gerät hast du hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Die sind hier übrigens nicht per Drehknopf eingestellt, sondern einfach per Schieber. Und dann kannst du das entsprechend regeln und kannst das so einstellen. Was ich auch am PC deutlich einfacher finde, als wenn ich jetzt einmal so einen runden Poti habe, der dann doch mit der Maus manchmal etwas nicht ganz so gut zu steuern ist. Dann Dynamics. Was haben wir dort? Kompressoren zum Beispiel. Noise Gates. Auch hier Threshold Decay Level. Was man eben alles so normalerweise auch an einem Kompressor beziehen, was ein Noise Gate dabei hat. Wir haben natürlich auch noch verschiedene Equalizer-Pedale. Also die Bandbreite an verschiedenen Effekten und Soundmöglichkeiten, die ist schon allein aufgrund dieser ganzen Distortion-Pedale, wo ja nicht nur Distortion-Pedale sind, sondern auch Overdrive- und natürlich auch Fass-Pedale, ist deswegen schon wirklich sehr groß. Dann Modulations. Darunter fallen quasi Chorus, Flanger oder Phaser, glaube ich zumindest genau. Phaser, Tremolos, natürlich auch hier Chorus-Pedale, auch hier mit den normalen Poti's beziehungsweise Soundoptionen, die man so normalerweise hat. Speed, Depth, Pre-Delay, Wave, Shape, Tone, Mix, Level. Dann haben wir die Delays, natürlich auch ganz wichtig. Ja, allein hier, das sind wahrscheinlich um die 15 oder 17 Delays, die man hier mit dabei hat, vom ganz normalen klassischen Delay über Swept Echo, Reverse Delay, Vintage, Digital, Pitch Echo und so weiter und so fort. Also hier kann man wirklich sehr gut herumexperimentieren und sich diverse Sounds erstellen. Reverb, Hull, auch ganz wichtig, auch ganz verschiedene Hull-Geräte mit dabei. Dann Pitch beziehungsweise Synth, das ist auch ganz interessant. Das zum Beispiel ist so ein Effektpedal, was ich mir so privat wahrscheinlich nie unbedingt kaufen würde, aber hier bekommt man es einfach dabei und dann kann man auch ein bisschen herumexperimentieren. Und weil man die Möglichkeit hat und man es eh dabei hat, dann kommt man vielleicht auch auf den Geschmack, sowas mal öfters zu nutzen. Zum Beispiel so ein Pitch-Ram, was höchstwahrscheinlich angelehnt ist an das Digitec-Rammy. Genau, ich komme gar nicht auf den Namen. Das sieht zumindest vom Bild hier auch so aus. Auch das hat man mit dabei. Dann Filter. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, was man hier jetzt mitmacht. Ich habe es aber noch nicht genutzt. Dann War. Ja, auch hier schon mal allein knapp um die 10 War-Pedale. UK war es bestimmt das bekannte Crybaby, könnte ich mir vorstellen. Guck mal nach. Ah ne, das ist Vox. Ach hier, Teardrop und Fazzle. Das ist ein Typ Crybaby. Okay. Dann haben wir hier, also hier gibt es noch Amp-Plus-Cap. Wenn ich jetzt auf den neuen Sound gehe, dann würde man das auch angezeigt bekommen. Ich gehe davon aus, das hätte man jetzt hier wahrscheinlich nicht angezeigt bekommen, weil das hier in diesem Preset schon anders eingestellt ist. Also, da haben wir hier verschiedene Amp-Modelle. Und bei den Amp-Modellen haben wir wirklich von Vintage Clean Sounds über Vintage Modern Crunch Sound, über High-Gent Sound, über Marshall Sounds zu Rectifier Sounds. Also, Mesabugi, wir haben ein Engel mit dabei. Ich kann dir hier nochmal die Liste zeigen, die allerdings etwas veraltet ist. Da gibt es mittlerweile schon wesentlich mehr. Ja, siehst du den Hevert, Fender-Modelle, Mesabugi-Engel, Soldano-Modelle, den Peavy, auch ziemlich geil. Line-6-Modelle und weitere Fender, Roland, Vox, Orange, Marshall, Bogner auch. Ja, klingt auch sehr cool. Und all das hat man hier mit dabei. Wir gehen jetzt einfach mal auf einen Amp, zum Beispiel den Brit 24-04. Das ist der JCM Marshall. Und dort hat man auch hier die ganz normalen Einstellungen, wie man sich eigentlich auch fast am Amp findet. Wahrscheinlich der Sack, Hum und Ripple. Bias, Bias-X hat man jetzt am normalen Amp wahrscheinlich nicht mit dabei. Aber du siehst auch hier, lässt sich alles sehr intuitiv einstellen. Man hat dann neben dem Amp natürlich noch die Möglichkeit, ein Cabinet, also eine Box zu wählen. Auch hier gibt es die üblichen Verdächtigen, als auch so ein paar, die man vielleicht so noch nicht gesehen, gehört hat. Gehen wir hier mal auf die Caps. Also, wir haben hier die, ja, was sind so Bekannte, die man wahrscheinlich kennt? Das sind hier diese Marshall-Boxen. Ja, Bogner, Engel, Mesa Boogie-Box, Roland, Vox, auch hier Fender, Hebert. Also, man kann sich grundsätzlich auch wirklich den Sound oder den Guitar-Rig von seinen Lieblingsgitarristen zusammenstellen und kann somit wirklich den Sound sehr, sehr nahe kommen, wie sie eben auch die Großen haben. Was ich gerade hier bei den Lautsprechern sehr interessant finde oder als äußerst hilfreich betrachte und das gibt einfach nochmal die Möglichkeiten wieder, die man mit dem Helix hat, sind die einzelnen verschiedenen Mikrofone, die man auswählen kann. Ja, also, allein damit, und pro Mikrofon hat man ja verschiedene Möglichkeiten, nochmal zum Einschen, allein damit hat man, wenn man so ein Soundfetischist ist, der wirklich jeden einzelnen Zentimeter, jedes einzelne Quäntchen an Sound herausholen möchte, hat man verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich bin lieber einer, ich nutze ein Preset und höre mir erstmal so den Amp an und dann schwiege ich hier ein bisschen, aber ich gehe jetzt nicht in alle möglichen Dinge rein und stelle das jetzt hier nochmal 2-3% höher, um jetzt einen besseren Sound herauszubekommen. Und genau das war eben auch mein Bedenken hierbei, dass es zu viele Dinge sind, die ich jetzt einstellen muss, wo ich nachjustieren muss, wo ich mich drum kümmern muss, aber es ist ganz und gar nicht so. Weil schon allein die Factory-Presets und du hörst, während wir jetzt hier im Video sind, auch verschiedene Presets, die ich einfach hier von den Factory-Presets genommen habe und die klingen schon so gut, dass du davon schon im Endeffekt weiterbauen kannst oder diese sogar 1 zu 1 verwenden kannst. Das Bedenken, dass du jetzt zu viele Dinge einstellen musst und dass es zu viele Sounds sind, das ist auf jeden Fall damit genommen, denn die Presets sind schon richtig gut und selbst einen Sound zu kreieren, einen guten Sound ist relativ einfach. Da kommen wir in dieser Stelle nicht mehr dazu, aber das können wir gerne in einem weiteren Video besprechen. Schreib uns dann gerne mal deine Fragen unten in die Kommentare, welche Fragen du noch hast und auf die gehen wir dann in weiteren Teilen gerne ein. Holz und Schlag Auf geht's gut. . Vielleicht noch ganz kurz zu den Sounds, damit du ein kurzes Gefühl dafür bekommst, wie man das im Endeffekt einstellt, beziehungsweise zu dieser Kette hier. Du siehst ja, du hast hier einmal so eine Signalkette und dann ist jetzt hier noch so eine zweite. Du kannst hier das einmal so sehen, wenn du einen normalen Amp hast, Distortion-Pedale in der Regel, ja, es gibt auch viele, viele Wege. Und gerade früher, als man noch keinen FX-Loop hatte, ging es auch gar nicht eher. Aber zum Beispiel Pedale wie Distortion oder Dynamics, die passen in der Regel eher besser vor den Amp, damit das Gitarrensignal, das klare Gitarrensignal erstmal verzerrt wird und dann geht es sozusagen in den Amp herein. Dann hast du hier zum Beispiel zwei Cabinets, das heißt, du hast einen Amp mit zwei Boxen. Du könntest zum Beispiel auch zwei Amps und zwei Boxen nehmen und dann einen Sound nochmal ganz anders kreieren. Effekte, die besonders gut funktionieren nach der Signalkette, was dann Amp bzw. Amp-Verstärker angeht, ähm, Boxen so, sind zum Beispiel Sachen wie Delay, Reverb oder Modulation. Das heißt, die verwendet man in der Regel hinterher, damit auch die ein klares Signal bzw. die klare Information vom Amp kommen, wo das Signal schon verzerrt wurde und so weiter und so fort. Also deswegen hier auch diese Bauweise, die du überall sehen wirst, dass so Effekte wie Reverb oder auch ein Delay in der Regel hinter den Amp kommen. Dazu können wir aber gerne eingehen, wenn es dann um das Thema geht, Soundgestaltung. Ja, ein großer Vorteil, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist, dass er digital ist. Das heißt, das Ganze wird hier ständig upgedatet. Es gibt eine ziemlich große Userschaft an Menschen, die den nutzen, die dann auch auf Line 6, und zwar wenn du unter Custom Tone gehst, auch entsprechende, und dann unter Helix, entsprechende Sounds hinterlegen. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel von Usern kreierte Sounds downloaden, kannst sie wiederum in den Helix einfügen und kannst damit zum Beispiel auch Töne, die vielleicht erstellt wurden von deinem Lieblingsgitarristen, direkt nutzen. Das finde ich, ist ein weiterer Riesenvorteil von den Helix, dass du eben dadurch einfach noch viel mehr Sounds dir herunterladen kannst, so mehr oder weniger wie so eine Blaupause und direkt selber nutzen kannst, ohne dir da jetzt irgendwas an Gedanken zu machen, wie du diese Sounds einstellst. Dann ein weiterer Kurven. Das große Vorteil, den ich persönlich daran sehe, ist, dass wenn du eine Person bist, die weiß, okay, ich hätte ganz gerne Sounds, die in diese Röhrenverstärker-Sounds gehen, die den sehr nachahmen, aber ich weiß, dass heute habe ich mal Lust auf einen Marshall-Sound, morgen habe ich mal Lust auf einen Mesa-Boogie-Sound, nächste Woche habe ich vielleicht eher Lust auf einen Fender-Sound, oder ich brauche diese Sounds einfach vielleicht in meiner Band oder auf der Bühne und ich will dann noch verschiedene Pedale haben, aber ich habe jetzt keine Lust, dauernd neben meinem 40-Kilo-Stack noch irgendwie so ein 2x2-Meter-Effekt-Pedal-Board mit rumzuschleppen, dann finde ich, ist der Line 6 Helix einfach mit einer der besten Lösungen, die es aktuell gibt, da er A, extremst gute Sounds liefert und dir B, eben genau diese Möglichkeit gibt. Du hast ziemlich viele Amps, eben sehr viele klassische Amps von Fender über Marshall über Mesa-Boogie und so weiter und so fort und auch diese ganzen klassischen Delays, Delays-Effekte mit dabei, wo du dir Traum-Sounds noch und nöcher bauen kannst. Und, weiterer Vorteil ist der, dass du per USB-Ausgang direkt an deinen PC gehen kannst und du kannst zum Beispiel damit recorden. Ich meine, das würde ich mir von so einer Lösung jetzt auch in dem Preisbereich definitiv auch erwarten, aber so als kleiner Nebeneffekt, dass du natürlich damit auch direkt recorden kannst. Weil ich persönlich bin mittlerweile eher so eine Person, ich wüsste, dass wenn ich ein Amp hier stehen hätte, dann würde ich den zwar schon vielleicht als Haupt-Amp nutzen, aber ich hätte schon mal gerne Lust, irgendwie einen anderen Sound auch zu haben. Gerade was die Cabinets angeht, so ein Greenback klingt viel anders wie so ein V30. Da gibt es so viele von unterschiedlichen Sound-Noancen, die man ganz gerne mal für verschiedene Situationen nutzt. Ich meine, wir brauchen es eh noch für verschiedene Lektionen, die wir haben, verschiedene Sounds, die wir kreieren wollen. Wenn du natürlich jemand bist, der sagt, hey, ich brauche einfach nur einen richtig krassen Metal-Sound, dann musst du dir das vielleicht nicht direkt jetzt den Line 6 Helix anschaffen, weil du vielleicht auch gar nicht diese ganzen Optionen brauchst. Für diese Person, wenn du so einer bist, dann lohnt es sich vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ein letzter Vorteil, auf den ich in diesem Video noch eingehen möchte, und das ist das Thema Sound. Zumindest ganz kurz anschneiden. Ich möchte dir einmal zeigen, wie superdynamisch du diesen Line 6 Helix spielen kannst. Trotz, dass es im Endeffekt alles digital ist, spricht der wirklich schon sehr, sehr natürlich an, was so die Dynamik angeht. Wir haben jetzt hier mal so eine Art AC-DC-Sound zusammengestellt. Dann spielst du mal hart, mal nicht so hart, ein bisschen dynamisch und wir können es fast clean spielen. Jetzt wird da wieder etwas angezerrt. Und das muss ich sagen, habe ich so bisher in einer digitalen Lösung noch nicht erlebt, dass er wirklich richtig schön dynamisch anspricht und nicht nur bei Clean Sounds, sondern auch bei Crunch oder auch selbst bei Metal Sounds, wo man auch da wirklich mit dem dynamischen Spielen, was ja auch so ein Amp ausmacht oder was auch den persönlichen Sound ausmacht, wo man hier wirklich sehr, sehr viel herumspielen kann und man auch eben einfach dynamischere Sounds hinbekommt. Welche Fragen hast du noch zum Helix Line 6? Stell uns gerne deine Fragen unter das Video. Es gibt auf jeden Fall noch viel mehr zu dem Gerät zu sagen. Und im nächsten Teil wollen wir noch mehr auf das Thema Soundgestaltung eingehen. Wie kannst du deine eigenen Sounds mit dem Helix bauen? Und auch deine, eure Fragen klären. Deswegen schreib uns auf jeden Fall deine Frage unter das Video in die Videokommentare und dann werden wir die in dem nächsten Video gerne beantworten. Wenn du übrigens noch E-Gitarren-Einsteiger bist, dann schau mal unten in die Videobeschreibung und da findest du unseren 10-teiligen Videokurs speziell für Rock und Metal E-Gitarren-Einsteiger, wo wir dir zeigen, wie du in den nächsten 14 Tagen deine ersten Riffs oder Songs auf der Gitarre spielen kannst. Viel Spaß, bis zum nächsten Video. Rock on! Rock on!